Die eine Partei warnt vor Zockerei mit unseren Renten, die andere Partei sagt, hey, lebe dein Leben, wir kümmern uns um deine Rente. Warum beides Unsinn ist und in der Aussage brandgefährlich, das schauen wir uns jetzt hier in diesem Video mal gemeinsam an. Sprechen wir erstmal über das grundlegende Problem, wenn du überhaupt weißt, hä, wo kommt es überhaupt her und warum gibt es das? Du hast wahrscheinlich in Medien schon wahrgenommen, die gesetzliche Rente wackelt. Die wackelt nicht im Sinne von, oh, die gibt es demnächst nicht mehr, das würde ich ins Reich der Fantasy- und Verschwörungstheoretiker packen. Aber sie wackelt im Sinne von, bleibt sie hoch genug, sind die Beiträge zur gesetzlichen Rente noch bezahlbar. Woran liegt das? Ich mache das mal im absoluten Schnelldurchlauf. Irgendwann gab es das Thema weniger Kinder in den Familien, das heißt, es gibt zu wenig Geburten, es rücken zu wenig Arbeitskräfte nach. Warum? Wir haben ein sogenanntes umlagefinanziertes Rentensystem, das heißt, die junge Generation zahlt für die Rentnergeneration die Renten und spart nicht etwa für die eigene Rente an. Da fängt es an, wenn jetzt wenig Junge nachkommen und viele Alte da sind und da sind wir gerade auf dem besten Weg mit den Babyboomern, die in die Rente gehen, fängt es Problemschaden. Die Ausbildungszeiten haben sich verlängert, die Tendenz später in den Beruf zu starten hat sich auch erhöht und die Tendenz lieber weniger Stunden zu arbeiten hat sich auch erhöht. Das heißt, wir haben eigentlich im Moment einen brutal gegenläufigen Markt, es wird zu wenig gearbeitet im Verhältnis von, es gibt eigentlich viel, viel mehr Rentner, die zu versorgen sind. Und da setzt der Staat an und hat sich überlegt, was können wir denn jetzt tun? Und was da getan wird, da gucken wir jetzt gleich mal rein. Übrigens, wenn du mehr zum Thema Rente und betriebliche Altersversorge hören möchtest, dann abonniere doch gerne unseren Kanal, wir halten dich da dauerhaft auf dem Laufenden. Ihr habt vielleicht mal von der Aktienrente gehört, die war politisch lange in der Diskussion, jetzt hat man sich für das genau gleiche Konzept einen poppigeren Namen überlegt und nennt es Generationenkapital. Was soll das sein? Das ist Kapital, was dafür eingesetzt werden soll, dass die jüngeren Generationen in ferner Zukunft entlastet werden sollen. Und deshalb möchte man von 2025 bis 2035 jedes Jahr round about 12 Milliarden Euro in einen Topf tun aus Staatsschulden und daraus zukünftig dann die Renten entlasten. Und jetzt springen wir eigentlich schon ins zentrale Thema. Was soll dieses Generationenkapital denn tatsächlich eigentlich machen? Und vielleicht kommt da deine erste Überraschung. Es ist überhaupt nicht dafür gedacht, weil Aktienrente oder Generationenkapital klingt erstmal mega cool, es ist nicht dafür gedacht, deine persönliche gesetzliche Rente irgendwann zu erhöhen. Es hat genau einen Zweck. Es soll das vorhandene Rentenniveau aktuell, je nachdem, ob du ein Single-Einkommen oder ein verheiratetes Einkommen bist, irgendwas zwischen 47 und 53 Prozent deines Nettos, wenn du 45 Jahre eingezahlt hast, soll es stabilisieren. Warum? Weil aufgrund der zu schwachen Geburtenjahrgänge gegenüber den zu starken Rentnergeburtenjahrgängen das Problem wäre, dass einfach die Beiträge zur Rentenversicherung, also von dir als Beschäftigten und deinem Arbeitgeber, immer weiter ansteigen würden, bis zu einer kritischen Marke, die nicht mehr funktioniert. Also hat man gesagt, da müssen wir jetzt eine Bremse reinschieben. Und jetzt kommt der für dich wichtige Punkt. Stabil halten. Also, was die größte Augenwischerei der Welt ist, das Generationenkapital hat in keiner Sekunde die Absicht, das Rentenniveau zu erhöhen. Wir wollen das heutige Rentenniveau retten und erhalten. Ganz wichtiger Punkt für dich. Ich weise dann mal auf einen kleinen Fehler im System hin, den, wenn du mich als Finanzberater fragen würdest, wo ich sage, das finde ich per se schwierig. Jetzt musst du natürlich sagen, volkswirtschaftlich betrachtet mag es anders sein. Ich bin kein Volkswirt, ich bin ein netter, freundlicher Finanzberater, der mal im Alltag irgendwann gelernt hat, naja, nimm bitte keine Schulden auf, um an der Börse zu investieren. Also die Idee dahinter ist zu sagen, der Staat hat diese 12 Milliarden Euro gerade gar nicht. Aber wir kennen uns ja mittlerweile ganz gut mit Sondervermögen aus. Das heißt, die Idee ist zu sagen, wir bilden ein Sondervermögen, um die Rente zu stabilisieren. Wie soll das passieren? Indem man Bundesanleihen, Staatsanleihen emittiert, rausgibt, die können gekauft werden. Der Staat macht also sozusagen Schulden bei Investoren, um dieses Geld dann zu nehmen und das an der Börse anzulegen. Die Nummer kann dann funktionieren, wenn jetzt an der Börse fantastisch performt wird, also wenn richtig gute Renditen erzielt werden, weil ansonsten habe ich folgenden Effekt. Ich muss erstmal eine gute Rendite machen, ich muss Kapitalmarktrisiken bis zu einem gewissen Grad in Kauf nehmen, ich muss die Kosten für die Schulden daraus begleichen und ich habe natürlich auch noch irgendjemanden, der das Geld irgendwie anlegt und bezahlt werden muss. Und dieser ganze Kuchen muss am Ende dazu führen, dass es funktioniert. Und das ist etwas, wo du sagst, naja, wenn ich dich persönlich privat so beraten würde, wäre ich sehr froh, wenn du mir sagst, mein lieber Berater, du hast doch einen Vogel. Aber in der Summe steckt erstmal ein cooles Ziel, eine coole Absicht dahinter, nämlich es für die Jungen dauerhaft auch noch zu einer vernünftigen Rente zu schaffen. Gehen wir mal zu meiner Kernaussage. Die einen sagen, es ist Zockerei. Naja, das ganze Konzept ist so gestrickt, dass wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, das, was da an Rentenbeitragsentlastungen erstmal erreicht werden soll, das wäre erzielbar, wenn man 5% durchschnittliche Kapitalmarktrendite per Annuar erzielt. Da würde ich jetzt persönlich auch wieder sagen, vielleicht kennt ihr euch mit Investmentgeschäft sogar weit besser aus als ich, 5% sind keine Zockerei. Und wo die politische Augenwischerei an der Stelle anfängt, ist zu sagen, naja, da wird generell mit unseren Renten gezockt. Was versucht wird, ist mit einem speziellen Finanzierungsmodell, über das wir gerne diskutieren können, sicherzustellen, dass ein Teil der Rente demnächst abgepuffert wird durch dieses entsprechende Generationenkapital, also durch einen großen Investmentfonds, wie man das in Teilen aus zum Beispiel den skandinavischen Ländern kennt. Also, Zockerei sieht anders aus und nein, das wäre sogar fast schön, ich würde es sogar noch fast begrüßen. Wir haben ja vorhin schon gehört, wir reden von Umlagefinanzierung. Mit Renten zockt hier keiner, weil heute wird das Geld aus der Rente, also aus den Rentenbeiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, überhaupt nicht angelegt. Es fließt 1 zu 1 durch zu den heutigen Rentnern und wird auch heute schon durch Steuergelder subventioniert. Das heißt, was man jetzt macht, ist zusätzliches Geld aufnehmen und das investieren. Also, da zockt niemand, ist also einfach eine fehlgeleitete Information. Aber wir springen auch nochmal in die andere Botschaft. Hey, lehn dich zurück, wir kümmern uns um deine Rente, alles ist tutti, lebe du dein Leben. Ja, das ist natürlich genauso ein Unsinn. Und das finde ich fast noch verwerflich in der Botschaft, weil hier ist die Botschaft zu sagen, ich betreibe so weit Augenwischerei, dass du dich jetzt plötzlich, anders als noch vor dem Generationenkapital, nicht mehr mit dem Sparen, dem sich selber kümmern, beschäftigen musst. Und das ist natürlich Riesenbullshit, weil eine Sache hat sich nicht verändert. Wir haben gelernt, es dient der Stabilisierung des Rentenniveaus, es dient nicht der Steigerung der Rente. Das heißt, wenn dir heute schon durch die Medien klar ist, Achtung, das Rentenniveau, das Gesetz, das Rentenniveau ist eigentlich zu niedrig, um deinen Lebensstandard zu halten. Dann hat sich durch das Generationenkapital, wenn es denn in der Form auch umgesetzt wird, gar nichts verändert. Du kriegst das, was an Rentenprognose da ist, nur etwas sicherer und für alle Beteiligten mit etwas weniger Beitrag zur Rentenversicherung verbunden, wenn denn der Plan aufgeht. Und ansonsten stehst du genauso gut oder schlecht mit deinen 47 bis 53 Prozent da wie vorher, wenn du überhaupt 45 Jahre in die Kasse einzahlst, sonst ist es sogar nochmal ein ganzer Schnaps weniger. Was heißt das jetzt im Fazit? Was heißt das in Übersetzung? Für dich heißt das vor allen Dingen eins, wenn du die Entscheidung triffst, im Alter sehr bescheiden leben zu wollen, vielleicht davon ausgeht, da geht eh nicht mehr viel, dann musst du vielleicht nichts tun, weil du weißt ja ungefähr, was du zu erwarten hast. Wenn du sagst, naja, also ich gucke mir heute die Rentnergeneration an und stelle fest, da sind eine ganze Menge Menschen bei, die leben noch ganz illustrer vor sich hin und die genießen die Zeit, die sie jetzt haben, wo sie nicht mehr zur Arbeit gehen. Wenn du da dabei sein möchtest, dann wirst du um Lösungsmodelle in der Eigenverantwortung, wie Betriebsrente, wie Sparen in Investments und ETFs gar nicht vorbeikommen. Und idealerweise hast du sogar noch einen Arbeitgeber, der was für dich tut und eine Betriebsrente aktiv fördert. Das heißt, bitte sei, sei nicht so kurzsichtig, hinzugehen und zu sagen, ich tue jetzt nichts mehr, ich habe doch in der Werbung gelesen, jetzt ist alles safe. Das ist schlicht und ergreifend einfach Quatsch. Und mir ist wichtig, dass das bei euch angekommen ist. Ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitnehmen können, du hast ein Gefühl dafür bekommen, das ist sicherlich eine oberflächige Betrachtung gewesen. Ich würde dir dringend, wenn du Lust hast, den Titel empfehlen, wie viel gesetzliche Rente bleibt nach der Steuer hier bei uns auf dem Kanal, weil dann kriegst du mal ein Gefühl dafür, worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit. Schön, dass du da warst, gerne hier bald wieder. Ciao.